Jeder von uns fühlt diese Enge in der Brust, deswegen hören wir Prediger zu. Bruder, erzähl mir, wie ich kann damit nicht mehr weiterleben, weil es ist zu, es ist eng. Keiner wird das verstehen, mein Bruder, außer du selber. Ja, ist gut, bete und liest Koran und ja, alles gut. Die werden das niemals verstehen, mein Bruder, was du hier drin hast, dass hier irgendwie ein Schätan in deiner Brust sitzt und sagt, bleib da sitzen, wo du bist, du machst gar nichts. Und du weißt, dass es schlecht ist, was er dir sagt, aber du folgst dem, was er sagt und du wirst immer Tag für Tag unglücklicher und unglücklicher und unglücklicher. Und dann lenkst du dich ab ein bisschen mit TikTok, lenkst du dich ab mit dummen Videos, lenkst du dich ab mit Live-Matches, mit Schuhen auf Köpfen und denkst, ach, alles. Und du lachst ein bisschen und denkst, entertainer, aber trotzdem, wenn die Zeit vergeht, denkst du dir, wie geht das nicht gut, mein Bruder. Deswegen, liebe Geschwister, wir sitzen nicht hier, ich sitze nicht hier, um euch zu etwas Schlechtem auszurufen. Ich rufe euch nicht zu etwas Schändlichem, Verbotenem, Schamlosen ein. Ich rufe euch zur Wahrheit des Lebens auf. Es geht nicht darum, das Leben zu leben, es geht darum, den Sinn des Lebens zu leben. Mein Bruder, bei Allah, ich schwöre bei Allah, subhanahu wa ta'ala, ich wünsche euch nichts anderes, außer, dass ihr eure Mutter an der Hand nehmt, von dieser Seite euren Vater an der Hand nehmt, dass ihr eure Ehefrau, Ehemann, eure Kinder, eure Geschwister nehmt, alle, die ihr liebt, ins Paradies geht, Richtung Tor und die Engel zu euch sagen, Assalamu alaikum, Friede sei auf euch. Tributum, wie gut ihr wart. Das ist der größte Engel am Tor des Paradieses, das wünsche ich euch bei Allah. Assalamu alaikum, Tributum, wie gut ihr doch wart. Wie rein ihr doch wart. Wie wenige ihr doch wart. Ich will, dass deine Mutter glücklich ist, dass dein Vater glücklich ist, Bruder, dass du isst und trinkst von dem Erlaubten, von dem Guten, von dem Schönen im Paradies. Ich will, dass ihr im Paradies sitzt und dass wir mit dem Propheten da sitzen und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns erzählt und wir ihm zuhören. Das wünsche ich euch vom ganzen Herzen bei Allah. Ich will, dass ihr sagt, mein Herr, ich wurde aufgerufen, einen Bann zu folgen, den ich noch nie gesehen habe, aber nur von ihm gehört habe, ihm zu folgen, damit du zufrieden bist, mein Herr. So seid zufrieden mit uns. Das will ich. Wisst ihr, was Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Allahumma ja'alni min ahlu jannah, möge Allah und sallallahu alaihi wa sallam, Leiter des Paradieses machen. Wenn ihr im Paradies seid, Allah, sallallahu alaihi wa sallam, wird seine Diener fragen, und seid ihr zufrieden? Fehlt euch etwas? Braucht ihr etwas? Sagt es und ihr bekommt es. Was werden die Muslimin sagen? Mein Herr, wir haben genug. Wir haben sogar mehr als das, was wir erwartet haben. Was sagt Allah, sallallahu alaihi wa sallam? Und heute gebe ich euch noch mehr, denn ich werde nie wieder unzufrieden mit euch sein. Nie wieder unzufrieden mit dir sein, mein Bruder. Nie wieder dieser Druck in der Brust. Nie wieder diese schlechten Gedanken. Nie wieder diese heimlichen Tränen. Nie wieder diese gebrochene Herzen. Nie wieder diese Schmerz in diesem Loch, wo du drinnen bist. Ab heute werde ich nie wieder unzufrieden mit euch sein. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wird Allah sein Schleier entfernen. Weil er sagte, wir haben Allah noch nie gesehen und wir werden ihn noch nie sehen auf der Dunja. Aber in Jannah wird Allah sein Schleier entfernen und Ahlul Jannah wird in das Gesicht von Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Was ein Hadith von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Wir werden in das Gesicht von Allah, sallallahu alaihi wa sallam, schauen. Was willst du mehr? Für was verkaufst du dich? Was ist wertvoller als das, Bruder? Vielen Dank.